Hallo zu Hause, wir haben heute folgendes Warm-Up für euch, ein etwas längeres, 20 Minuten im Wrap aus folgenden Übungen, 200 Meter laufen, das kann man natürlich auch draußen machen, oder solltet ihr keine Chance drauf haben, draußen laufen zu können, dann 60 Jumping Jacks ist Alternative, 40 Russian Twists, am Boden setzen, Füße nach oben heben, einmal mit dem zu bewegenden Objekt links und einmal rechts den Boden berühren, 40 Wiederholungen mit dem Gewicht kann man sich ein bisschen die Übung skalieren, muss man aber wahrscheinlich nicht allzu sehr, weil ihr solltet ihr es eh mit einem leichten Gewicht machen. Im Warm-Up, 20 Shoulder-Tabs in der Push-Up Position, wenn man die Füße in eine Grätsch-Position bringt, ist das Ganze leichter, beziehungsweise auf den Knien wird es noch einmal ein bisschen leichter. Dann haben wir 20 Sit-Ups, wieder mit einem Bulli oder irgendeinem anderen Kleidungsstück als Ab-Mat, nach hinten über Kopf mit beiden Händen den Boden berühren, vor den Füßen ebenso mit beiden Händen den Boden berühren. Und 10 Monkey Squats, Kniebeugen Standbreite mit beiden Händen unter die Füße rein, dann zieht ihr die Brust nach oben und den Hintern nach unten und am Ende der Bewegung aufstehen, bitte achtet auch darauf, dass die Ellbogen immer innerhalb der Knie sich befinden. Warm-Up!